Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde hier in Ankum. Ich bin froh, wieder hier zu sein und mit euch das Wort Gottes zu betrachten. Bin ein wenig auch aufgeregt. Gnade und Friede sei mit euch, vom Gott, den Herrn und unseren Herrn Jesus Christus. Wir gehen heute wieder durch das Markus Evangelium, Kapitel 6. Heute mache ich keine große Einleitung. Wir kommen nämlich zu einem sehr bekannten Abschnitt. Diese Geschichte, die kennt eigentlich jeder von uns. Diese Geschichte erzählen wir auch in den Kinderstunden oder wir hörten sie auch von einigen Predigten. Man predigt auch davon. Es ist der Bericht über die Speisung der 5000. Auf der einen Seite ist es nicht so spektakulär, wenn man es so einfach nur drüber liest, einfach überfliegt. Aber wir wollen uns heute das genauer betrachten und vielleicht einige unbekannte Aspekte uns anschauen. Lass uns gemeinsam den Predigtext lesen aus Markus Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 30. Markus 6, Vers 30. Und die Aposteln versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einem einsamen Ort und die Leute sahen sie wegfahren und viele erkannten ihn. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in den Höfen und Dörfern ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Dinare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundeten, sprachen sie fünf und zwei Fische. Und er befahl ihnen, dass sie sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihn austeilten. Auch die zwei Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben zwölf Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Bis hierhin unser Bibeltext. Also offensichtlich ist diese Geschichte wieder eine Machtdemonstration von Jesus. Im ganzen Leben, in seinem gesamten Dienst, sind wir daran gewöhnt, diese göttliche Macht immer wieder zu sehen. Er hat Macht über Krankheit. Er hat Macht über Dämonen. Er hat Macht über den Tod. Und das haben wir oft gesehen. Das waren so die letzten Abschnitte im Markus-Evangelium. Ich möchte wieder eine kleine Wiederholung machen und den Kontext einmal hervorholen. Wir haben seine Macht gesehen, beziehungsweise man kann, wenn man die letzten Kapitel verfolgt im Markus-Evangelium, da sehen wir, dass diese Macht, die Jesus getan hat, der hat es seinen Jüngern übertragen. Das war in Markus 6, die Verse 7 bis 13. Und die Jünger sollten jeder zu zweit in Galiläa predigen und Wunder tun. Und die Menschen in Galiläa waren auch sehr daran gewöhnt, Wunder zu sehen von Jesus. Die Jünger hatten in den letzten Wochen in Galiläa viele Wunder getan. Und Jesus ist schon seit über einem Jahr in Galiläa unterwegs. Und es sind nur noch ein paar Monate dort. Und er wird seinen Dienst bald beenden. Und das ist hier quasi, so könnte man sagen, das Abschlusswunder seines Dienstes, also zumindest im öffentlichen Sinne, im großen Stile. Nach diesem Wunder wird Jesus nach Tyros und Sidon gehen. Dann wird er noch einmal durch Galiläa gehen und schließlich seine Reise nach Judäa machen. Also wir nähern uns so langsam dem Ende seines galiläischen Dienstes. In Kapitel 6, Vers 7 und folgende, wie gesagt, da delegierte Jesus seine Macht, die Macht über Krankheit, über Dämonen und über den Tod an die zwölf Jünger. Jesus gibt ihnen Anweisungen. Sie sollten hingehen durch Galiläa. Sie sollen Buße predigen, vom Reich Gottes predigen. Genauso, wie es Jesus ihnen vorgemacht hatte. Die Jünger gingen hinaus. Sie predigten in seinen Namen. Sie heilten in seinen Namen. Sie trieben Dämonen aus in seinen Namen. Und sie erweckten Tote in seinen Namen auf. Und Jesu Name wurde bekannt. Wir haben keine Angaben, genaue Angaben über diese Reise von den zwölf, über die Auswirkungen, aber es müsste schon sehr gravierend sein. Viele Menschen haben diese Predigten gehört, die Wunder gesehen und sogar Herodes hat davon gehört. Das war der letzte Abschnitt hier im Kapitel 6, den wir betrachtet haben, als er den Johannes, den Täufer, umgebracht hatte. Und das passierte parallel, als die Jünger unterwegs waren. Und jetzt kommen wir zu diesem Ereignis, zu der Speisung der 5000. Und schaut mal, Matthäus erzählt uns, dass es 5000 Männer waren. Lukas sagt uns auch, dass es 5000 Männer waren. Markus auch. Aber Matthäus sagt uns, ein Detail noch, ohne Frauen und Kinder mitgezählt. Also es müssten höchstwahrscheinlich auch viele Frauen dabei gewesen sein. Das könnten die Ehenfrauen sein. Es könnten die Mütter sein, Großmüttern, Schwestern. Und Kinder müssten auch dabei gewesen sein. Denn die fünf Brote und die zwei Fische kamen von einem Kind, von einem Jungen. Also es könnten 10.000 Kinder dabei gewesen sein. Also wenn jede Familie ein, zwei, vielleicht drei Kinder mitgebracht hätte. Das ist eine riesen Menschenmenge, die sich zwischen 10.000, 20.000 erstreckte. Vielleicht sogar mehr. Auf jeden Fall war es eine riesige Menschenmenge. Und Nahrung in dieser Menge zu schaffen, ist ein gewaltiges, schöpferisches Wunder. Das ist der Gipfel der Wunder dort in Galiläa vor großer Menge. Das ist ein sehr bedeutender Moment im Leben von Jesus. Es ist das größte Wunder, das er bisher getan hat, wenn es um Quantität handelt. Und das ist im gewissen Sinne das letzte Wunder in Galiläa im öffentlichen, im großen Sinne. Später wird zwar Jesus noch einmal eine Speisung machen, die Speisung der 4.000, aber das war nicht mehr so groß wie dieses Wunder und ist eher so ein wenig außerhalb von Galiläa. Und vor allem nicht alle Evangelien berichten darüber. Ja und nach diesem Wunder wird der Fokus von Jesus eher auf kleinere Menschenmengen sein. Und vor allem konzentriert sich Jesus danach mehr auf die Ausbildung der Zwölf. Also es gibt viele Wunder, die Matthäus aufgezeichnet hat, die Markus und Lukas und Johannes, das ist aber nur zwei Wunder, die alle vier Evangelien aufgezeichnet haben. Das ist einmal das Wunder der Auferstehung Jesu Christi und das andere die Speisung dieser Tausende von Menschen. Es ist so wichtig für uns, all diese Dinge von Jesus zu lesen, zu studieren, weil er sich hier selbst offenbart. Gott offenbart sich hier. Der Titel der Predigt ist das Bild eines Hirten. Das Porträt eines Hirten. Wenn wir ein Evangelium lesen, sehen wir Jesu Herrlichkeit, seine Majestät aus einem Blick, von einem Zeugen. Und ich denke, ihr wisst das, wir müssen alle Evangelien lesen und von allem Blickwinkel Jesu Herrlichkeit zu sehen. Und selbst das Alte Testament ist so aufgeschrieben, dass es auf Jesus zeigt. Und der Fokus von allem ist Jesus Christus. Und warum wird das getan? Weil die Errettung durch Christus kommt. Was wird der Heilige Geist tun? Er wird von mir sprechen, sagt Jesus. Er wird euch auf mich hinweisen. Wir sollen immer mehr wie Christus werden. Christus ähnlicher zu werden, ist das Ergebnis davon, wenn wir lesen, wenn wir uns in der Bibel vertiefen und Gemeinschaft mit Gott haben. Und deswegen werden wir heute versuchen, diesen Bericht aus allen vier Evangelien zu betrachten. Und der vollständigste oder weitreichste Bericht ist im sechsten Kapitel von Johannes aufgeschrieben. Und darauf werden wir auch Bezug nehmen. Denn das Wunder war so gewaltig. Und das müssen wir wissen, dass uns Johannes 6, Vers 15 berichtet, dass das Volk versuchte, Jesus zum König zu machen. Nach diesem Wunder versuchten sie, Jesus zum König zu machen. Sie hätten nichts lieber getan, als eine Revolte zu starten. Und das ist es. Wo ist solch ein König, der all ihre Krankheiten heilt, sie von Dämonen befreit, sie auferweckt und ihnen Verpflegung gibt? Nicht, kostenlos. Sie wollten ihn zum König machen. Und was sie noch gerne haben wollten, ich denke, dass Jesus so eine Art Volksarmee erstellen sollte und sie dann auch von den römischen Besatzungen befreien. Also diese Idee, Jesus zum König zu machen, entstand durch dieses Wunder, weil es so mächtig war. Das ist so der Überblick hier. Jetzt lasst uns mehr auf die Person Jesus konzentrieren. Das ist das Bild Gottes des Versorgers. Das Bild eines Hirten. Wir sehen die Gottheit Christi in diesem Wunder, in dieser Geschichte ganz deutlich. Er ist gekommen, um den Menschen zu geben, was sie wirklich brauchen, was sie benötigen. Gott ist der Versorgt. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass der Hirte für Ruhe sorgt. Der Hirte sorgt für Ruhe, für Geborgenheit. Schauen wir uns Vers 30 noch einen Moment lang an. Die Aposteln versammelten sich mit Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und was sie erlebt hatten. Also nochmal, vor dem Bericht über den Tod von Johannes, den Täufer, da wurden die Jünger ausgesandt, um zu predigen. Sie bekamen Wunderkraft übertragen. Und Jesus gab ihnen diese Anweisung und sie taten es. Und das dauert vielleicht ein paar Wochen, vielleicht einen Monat. Sie kamen zurück, sie versammelten sich mit Jesus und das ist vielleicht so eine Nachbesprechung. Und es war wahrscheinlich in Kapernaum. Sie versammelten sich, um ihre Erlebnisse mit ihm zu teilen. Also wie die Menschen so reagiert hatten auf ihre Worte und auf ihre Wunder und natürlich wie es ihnen jetzt geht. Sie kamen zurück, müde, erschöpft. Weil die vielen Menschen sie vielleicht erdrückten, so wie sie es bei Jesus taten. So wie es hier steht, sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und Jesus sagt, kommt ihr allein abseits an einem einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Vers 31. Das erste ist, er bringt ihnen Ruhe. Wir lesen im Hebräer, dass Jesus ein hoher Priester ist, der unsere Schwächen versteht. Der mitfühlt mit unserer Schwachheit. Und er versteht es gut, dass wir Ruhe brauchen. Jesus war damals in Kapitel 4 auch so körperlich erschöpft, dass er in dem Boot mitten im Sturm einschlief. Er wusste, was es heißt, erschöpft, verbraucht und entkräftet zu sein. Er ist einfühlsam. Es waren viele Menschen, die kamen und gingen und die Jünger, wie schon gesagt, hatten nicht einmal Zeit zum Essen. Jesus kennt ihre Schwächen. Jesus kennt unsere Schwächen. Und er geht liebevoll mit uns um. Das macht unser Gott. Er gibt den Müden Kraft. Er tröstet und gibt Mut. Er ermutigt. Er gibt Geborgenheit. Also fuhren sie auf dem Boot mit ihm weg. Sie fuhren auf die andere Seite des Sees. Dort lebten weniger Menschen, damit sie mehr Ruhe haben. Lukas beschreibt es so in Lukas 9, Vers 10. Er nahm sie zu sich. Er nahm sie zu sich. Er war ihr Hirte, der sie an den Ort der Ruhe führte. Und er nahm sie zu sich und zog sich mit ihnen allein in eine Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Das ist es, was Lukas uns erzählt. Markus sagt uns nicht, wohin sie gingen. Sie gingen nicht wirklich in dieses Dorf, aber sie gingen in die Nähe des Dorfes. Sie fanden so einen ziemlich isolierten Platz. Irgendwo in der Nähe des Dorfes Bethsaida. Und Bethsaida ist ein wichtiger Ort im Neuen Testament, weil es das Dorf ist, in dem Petrus und Andreas, Philippus und Nathanael, also vier der Aposteln, aufgewachsen sind. Es war ihr Ort. Es war der Ort, an dem sie Fischen gelernt hatten. Und jeder in der Stadt kannte sie. Und Jesus wusste, dass diese Ruhepause nur sehr kurz sein würde. Sehr, sehr kurz. Und in der Tat fast gar nicht vorhanden. Die einzige Ruhe, die sie bekam, war auf dem Boot. Dort haben sie vielleicht etwas gegessen. Jesus versteht unser Bedürfnis nach Ruhe. Und er gibt es uns. Auch wenn es manchmal kurz ist. Und dann im Vers 33 sehen wir, die Leute sahen, wie Jesus und die Jünger in dieses Boot stiegen und wegfahren. Viele erkannten ihn. Und sie liefen zu Fuß aus allen Dörfern dorthin und kamen ihnen sogar zuvor. Warum folgen die Menschen Jesus? Warum sind sie auf die andere Seite des Sees gelaufen? Johannes 6, Vers 2 gibt uns die Antwort. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Also das Volk war immer auf der Suche. Es war auf der Suche unter anderem nach Erlebnissen. Immer fasziniert von der Macht Jesu. Und sie wollten nicht nur selbst geheilt werden, sondern sie liebten es zu sehen, wie diese Macht an anderen Menschen geschah. Es war das beste Theater, würde ich sagen, für sie und die beste Versicherung für ein gutes Leben. Und das Volk war oberflächlich. Und das werden wir am Ende sehen. Und man würde jetzt vielleicht denken, das müsste doch Jesus ärgern. Oder? Das muss ihn doch so wütend machen, oder? Also wir würden uns vielleicht ärgern. Lass mich doch endlich in Ruhe. Wir wollen Ruhe haben. Wechseln extra den Ort. Kann ich mich nicht einmal ausruhen? In Lukas 9, Vers 11 steht, dass Jesus sie aufnahm. Das ist es, wozu Jesus gekommen ist. Er ist gekommen, um die Wahrheit zu predigen. Und das ist ein wichtiger Moment für ihn. Er hat noch einmal die Gelegenheit, so vielen mit dem Wort Gottes zu erreichen. So heißt es in Lukas 9, Vers 11. Er nahm sie auf und fing an, zu ihnen über das Reich Gottes zu reden. Sofort beginnt Jesus hier zu lehren. Und so steht es auch im Vers 34 in Markus. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Das ist also eine lange Predigt oder Predigtreihe. Das Zweite, was ein Hirte tut, oder was ihm ausmacht, ist, dass er seine Schafe geistlich versorgt. Er beginnt mit der Himmelreichspredigt. Und was könnten das für Themen sein? Also wir kennen viele Gleichnisse vom Reich Gottes. Die könnte Jesus ihnen noch einmal gepredigt haben. Er würde erklären, dass das Reich Gottes von den Sanftmütigen und Demütigen betreten wird. Also es könnte die Seligpreisungen sein. Also die Bergpredigt, die Jesus hier wiederholt. Und er erinnert sie noch einmal. Er ruft sie zur Buße auf, zur Umkehr, zum Glauben an ihn als dem Sohn Gottes. Damit sie Vergebung der Sünde haben, das ewige Leben. Und das ist sehr wichtig für sie und für alle Menschen. Und warum hat Jesus das getan? Warum hat er das getan? Vers 34. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Bild von einem Hirten. Ein Hirte hat Erbarmen. Er kennt die Notwendigkeit, die Hilfslosigkeit der Schafe. Schafe ohne einen Hirten werden sterben. All das ist, was diese Menschen und wir wirklich brauchen. Schafe brauchen den Hirten, ihren Versorger. Schafe können sich selbst nicht ernähren. Sie können sich nicht selber schützen. Jemand muss sie säubern, bewachen, das Fell scheren. Jemand muss sie füttern. Jemand muss sie an einen sicheren Ort führen. All das macht ein Hirte. Das ist eines der deutlichsten Bilder von Gott. Und Gott beschreibt Israel im Alten Testament ähnlich. Vierte Buch Mose, Kapitel 27, Vers 17, sehen wir das erste Mal dieses Bild, als Joshua von Gott eingesetzt wird, Israel zu führen. Dort heißt es, der vor ihnen her aus und eingeht, Joshua, und sie aus und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie die Schafe ohne Hirten. Diese Menschen hier hatten niemanden, der sie ernährte, niemanden, der sie zum Wasser führte, niemanden, die sie reinigte, niemanden, der sie beschützte, behütete, niemanden, der für sie sorgte. Und so beginnt Jesus, der gute Hirte sie viele Dinge zu lehren. Das ist eine Lehre, die sie reinigen würde, eine Lehre, die sie ernähren würde, eine Lehre, die sie beschützen würde, eine Lehre, die sie in die ewige Sicherheit führen würde. Also wir sehen hier, dass unser Herr Jesus hier auf der Erde für Ruhe sorgt und zweitens für die geistliche Speise. Und die dritte Sache, die ein Hirten ausmacht, ist Heilung, Verarzten. Bei Markus lesen wir das nicht, aber Matthäus sagt es schon. Matthäus 14, 14, dort heißt es, als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und dann heißt es, er heilt ihre Kranken. Er heilt ihre Kranken. Das Leiden der Menschen tat ihm weh, er fühlte ihren Schmerz. Das Leid der Menschen ließ ihm leiden. Jesus ist barmherzig, weil Gott barmherzig ist. Er fühlte mit. Er sieht sie in die Irre gehen. Aber die Botschaft ist die, Jesus hat Mitleid mit deinem Bedürfnis nach Ruhe, aber er ist mehr um deine geistige Ruhe besorgt. Jesus ist besorgt, dass wir körperliche Ruhe bekommen, aber noch mehr um unsere geistige Ruhe. Jesus ist besorgt, dass wir keine körperlichen Schmerzen haben, aber noch mehr um unsere geistige Schmerzen ist er besorgt. Jesus kann dir nicht nur körperliche Ruhe geben, sondern er kann die Quelle deiner ewigen Ruhe sein. Körperliche Heilung ist nur von begrenzter Dauer. Und jetzt kommen wir also zu dem Hauptthema dieses Textes ab Vers 35, die Versorgung mit Nahrung. Zuerst haben wir gesehen, ein Hirte versorgt mit Ruhe, dann sorgt er für die Wahrheit, dann sorgt er auch für die Heilung und jetzt kommen wir für die Versorgung mit Nahrung. Jesus hat den ganzen Tag gelehrt und er hat viele Kranken geheilt. Und dann später am Tag kamen die Jünger zu ihm und sprachen, Jesus, es ist schon spät. Diese Menschen brauchen Essen, lass sie gehen, das reicht schon. Und ich denke eher, dass sie selber hungrig waren. Ich denke, dass sie auf dem Boot nicht so viel gegessen haben. Also es war hier auch ein wenig Egoismus im Spiel. Es hört sich eher an, lass das mit der Predigt, Jesus, das reicht. Und die Jünger fingen an zu spüren, wie ihr Magen sich meldet. Das kennen wir auch. Wenn es näher zum Mittag kommt, da wollen wir auch essen. Und Essen war ein großes Thema damals. Und ich denke, bei uns auch. Aber es gab keine Fastfood-Restaurants dort, wo man viel und sofort und schnell das Essen bekommt. Nein, man muss das Essen zuvor vorbereiten. Und die Menschenmenge, wie gesagt, war riesig. Und wie hat Jesus darauf reagiert? Wir sehen das hier. Er hat alle versorgt. Er hat alle versorgt. Hier geht es um die Gnade Gottes. Hier geht es um die allgemeine Gnade Gottes. Wenn wir über die allgemeine Gnade sprechen, sprechen wir über die Güte Gottes. Ohne Unterscheidung. Und wir wissen, Gott liebt seine Feinde und er lässt die Sonne scheinen auf Gerechte und Ungerechte und den Regen fallen auf Gerechte und Ungerechte. Und er lässt auch die Ernte der Gläubigen und der Ungläubigen wachsen. Sogar Menschen, die an Gott nicht glauben, die Gott ablehnen, die Christus ablehnen, verlieben sich, haben die Freude im Leben, zum Beispiel an einer Geburt eines Kindes, lieben, genießen einen Sonnenuntergang, genießen ein wunderbares Essen, machen Urlaub, staunen über Berge, genießen das Schöne des Lebens, die Freude des Lebens, all die Dinge, die Gott in das Leben eingebaut hat. All diese Gnade kommt ohne Unterscheidung, ohne Diskriminierung. Niemand muss einen Antrag ausfüllen bei Gott. Niemand muss sich qualifizieren. Niemand muss einen Test bestehen, um zu leben, um die Freude im Leben zu haben. Gott ist ein Gott der Güte. Gott ist gut. Gott ist ein Gott des Mitgefühls und will, dass wir uns an seinen Angeboten erfreuen. Jesus fragt nicht nach Referenzen, bevor die Menschen hier essen konnten. Er bewertete nicht ihre Motive, warum sie gekommen sind. Er nahm das Beste und auch das Schlechteste an und hatte mit jedem Mitleid. Er heilte alle. Er gab allen zu essen, er lehrte sie alle. Das sind die Elemente der allgemeinen Gnade. Die ganze Welt heute genießt die Vorteile der Gnade Gottes. Gott ernährt alle Menschen auf der Welt mit Essen. Denn es kommt alles aus seiner Hand. Es ist das Ergebnis seiner wunderbaren Schöpfung. Das ist Gnade. alle Heilung, die stattfindet, ist ein Geschenk Gottes. Ohne Unterscheidung. Der Körper, unser Körper, ist die wundervollste Heilungsmaschine, die es gibt. Es heilt sich selbst. Das ist ein Teil der Gnade. Er heilt alle. Er ernährt alle. Er gibt allen das wunderbare Wort, das Evangelium. Gott ist der Versorger. Er kümmert sich um alle Menschen. Wie gesagt, auch jetzt. Das ist es, was die allgemeine Gnade ausmacht. Egal, wie die Menschen sich verhalten. Aber er wird nur für die, die an ihn glauben, der König sein, der Retter. Er wird ihr geistlicher König werden. Jesus kam das erste Mal nicht, um ein König zu sein, nicht als König zu regieren. Er kam, um zu sterben. Er wird das zweite Mal kommen, um ein König zu sein. Wie gesagt, er ist jetzt der König von allen, die an ihn glauben. Und wenn wir Johannes weiterlesen, Johannes 22 und die Verse danach, am nächsten Tag suchten ihn alle Menschen und wollten noch mehr Essen haben. Aber Jesus gab es ihn nicht. Er wollte ihn deutlich machen, weswegen er eigentlich gekommen ist. Was brauchen die Menschen wirklich? Und Jesus sagt zu ihnen in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Nicht das Brot von gestern. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Die Bereitschaft von Jesus, körperliche Ruhe zu geben, war ein Symbol für seine Fähigkeit, geistliche Ruhe zu geben. Seine Bereitschaft, Nahrung zu geben, war ein Beweis dafür, dass er geistliche Nahrung gibt. Seine Bereitschaft zu heilen, war ein Symbol von seiner Macht, geistliche Heilung zu geben. Das sind alles Symbole. Er ist das Brot des Lebens. Und wenn wir von diesem Brot essen, werden wir niemals hungern. Kommen wir zurück zum Text. Es ist schon recht spät. Die Jünger kommen und sagen zu Jesus im Vers 35, dieser Ort ist einsam. Das heißt nicht, dass es eine Wüste war, aber es ist ein abgeschiedener Ort gewesen. Es gibt keine Möglichkeit, diesen vielen Menschen zu ernähren. Und die Antwort von Jesus ist sehr überraschend. Vers 37, er aber antwortete und sprach und sprach ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Die Antwort von Jesus im Matthäus Kapitel 14, Vers 16, sagt er das so, sie haben es nicht nötig weg zu gehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und die Reaktion der Jünger schockierend. sie waren geschockt. Wie bitte? Was sollen wir machen? Ihnen zu essen zu geben? Diesen vielen Menschen? Die haben ja selbst nichts gehabt. Warum verlangt Jesus das? Warum sagt Jesus das? Eine Frage an uns. Was hätten die Jünger überhaupt tun können? Konnten die was? Erinnern wir uns, die Jünger konnten Kranke heilen. Die Jünger konnten Dämonen austreiben und Tote auferwecken. Jesus hatte ihnen diese Vollmacht gegeben. Hat Jesus hier einen Scherz gemacht? Ich denke nicht. Bloß die Jünger konnten diesen Übergang nicht schaffen. Sie konnten das nicht verarbeiten, verbinden. Sie konnten diesen Glauben nicht erwirken. Warum nicht? Sie hatten Jesus so etwas vorher nie tun sehen. Könnte es sein, dass die Jünger Nahrung hätten schaffen können? Ja, wenn sie Glauben gehabt hätten. Sie hätten auch Jesus bitten können, aber sie haben nicht den Glauben gehabt, um diesen Übergang zu machen. Das ist einfach viel zu weit weg von dem, wo sie geistlich waren. Ja, sie haben einige Wunder auch vollbracht, aber das ist einfach viel zu gewaltig. Das ist ein schöpferisches Wunder. also sie sind jetzt in einem Problem und der Glaube oder Vertrauen in Jesus war dann auf einmal wieder weg, würde ich sagen. Johannes Kapitel 6 Verse 5 bis 7, da wird Philippus in das Dilemma verwickelt und er ist so, würde ich sagen, der Mathematiker in der Gruppe. Also kommt her und sagt, nun, wir haben 200 Denare. Das wäre insgesamt etwa 8 Monatslöhne für eine Person, aber das ist nicht genug, um Geld für 20, 25.000 Menschen zu ernähren, vor allem alle satt zu bekommen. Das ist nicht genug Geld und das sagen sie auch Jesus. Und außerdem, wo kann man so viel Essen kaufen? Es gibt keinen Ort, an dem man diese Menge an Essen sofort bekommen würde. Philippus geht das so in seinen Kopf durch, der rechnet aus und überlegt und dann sagt er, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Wir können das hier raushören, wie er sagt, das ist einfach unmöglich. Vielleicht lachten sie innerlich, das war einfach unglaubwürdig, was Jesus hier verlangt. und niemand von ihnen dachte an 2. Könige Kapitel 4, wo die Witwe den kleinen Krug mit Öl hatte und dann goss ihn das in die anderen Krüge und es kam immer mehr und mehr. In Lukas 9, Vers 13 steht, wir haben nichts, wir haben nicht mehr als fünf Brot und zwei Fische oder sollen wir hingehen und für diese ganze Menge Speise kauf. Ein lustiger Scherz Jesus. Also sie sind anstatt gläubig zu sein sarkastisch. Johannes 6, Vers 8, da sprach einer von seinen Jüngern Andreas und der Bruder des Simon Petrus zu ihm, es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gersten Brote und zwei Fische, doch was ist das für so viele? Das sind fünf kleine Brote, nicht so groß wie bei uns, und zwei Fische und die Fische konnten klein sein, sie konnten getrocknet sein, das war so ziemlich die Standardernährung in der Gegend. Hier ist also ein kleiner Junge, das muss sein Mittagessen gewesen sein, fünf Brote, Brötchen und zwei kleine Fische, die Mutter hat ihm das vielleicht eingepackt und an dieser Stelle fügt Lukas das so ein, diese Bemerkung, Lukas sagt, es waren 5000 Männer, als diese Fische erwähnt wurden und die Betonung liegt auf das Wort Männer. Sie sehen fünf kleine Brote und zwei Fische 5000 erwachsene Männer. Sie können einfach keine Lösung für dieses Problem finden, sie sehen nicht die Lösung und die Lösung steht vor ihnen. Markus 6 Vers 39 und er befahl ihnen, dass sie alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Das ist einer dieser Befehle, die keine Optionen zulässt. Das ist ein souveräner göttlicher Befehl. Diese Masse von tausenden von Menschen, die so zusammengedrängt sind, sollen sich trennen in Gruppen von 100 und von 50 aufteilen und hinsetzen, damit sie das Essen servieren können. Und die Jünger fragten hier nicht, warum sollen wir das tun? Das ist einer dieser Befehle, auf denen es nur eine mögliche Reaktion gibt, ruhig und gehorsam. Und sie setzen sich alle hin, die Gänge sind frei und die Apostel müssen das Gleiche tun. Was hat das zu bedeuten? Diese Menschenmasse setzt sich geordnet und sie sitzen alle an einem schönen Platz auf dem grünen Gras und warten darauf, was passiert. Und es passiert im Vers 41 und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und die zwei Fische blickte zum Himmel auf, damit jeder erkennt, woher alle Nahrung kommt. Es kommt von Gott und dankte. Das ist eine Anweisung, die wir auch in den Briefen kennen. Von oben, von Gott kommt alles Gute und wir sollen es mit Dank annehmen. Dann fängt Jesus an, die Brote zu brechen und gibt sie weiter, gibt sie weiter, weiter an die Jünger. Und sie waren die Kellner, die dann diese riesige Menschenmenge bediente. Wir wissen nicht, wie lange das da alles dauerte, aber egal, wie lange es dauerte, er gab ihnen einfach weiter das Essen. Vielleicht eine Frage nebenbei, was denkt ihr, wie war das Essen? wie schmeckte das Essen? War das Essen gut? Was würdet ihr sagen? Also ich würde sagen, das ist wie das Essen im Garten Eden. Das sind unverfluchte Brote, unverfluchter Fisch. Es ist das Essen vom Himmel. Das ist einfach eine unglaubliche Sache, wenn man darüber nachdenkt. und ich würde behaupten, ihr würdet diesen Fisch mögen. Es gibt viele Fische auf der Welt, die sind lecker, aber dieser unverfluchte Fisch, der würde richtig lecker schmecken. Gott hat es geschaffen. Das nur am Rande. Also aßen sie alle. Niemand dachte an die Händewaschung, Niemand denkt an die koschere Zubereitung, alle essen. Und das heißt, sie waren alle satt, sie waren alle zufrieden. Das ist die beste Mahlzeit, würde ich sagen, die es je gab. So etwas hatten sie noch nie gegessen. Es war einfach unfassbar. Und dann noch eine höchst interessante Sache, sie hatten noch zwölf volle Körbe mit Brot und mit dem Fisch übrig. Warum? Jesus ließ sie aufheben aus einem besonderen Grund. Denn das Wort hier für Körbe ist das Wort für einen Reisekorb für Nahrung. Das ist so eine kleine Reisetasche, in der man sein Mittagessen transportiert. Vielleicht so eine Tasche wie du, die zur Arbeit nimmst, dein Brotkorb. Es ist also verblüffend. Warum sind da noch zwölf Körbe übrig? Warum hat Jesus zu viel geschaffen? Hat er zu viel geschaffen? Wusste er nicht, wie viel man schaffen muss? Ich denke nicht, es war so viel übrig, weil es wie viele Aposteln gab? Zwölf. Wie können wir das verarbeiten? Jesus weiß, wie viel er schaffen muss, damit jeder den besten Fisch und das beste Brot bekommt, den er gegessen hat. Für seine Jünger sorgte er auch, sie waren hungrig. Zwölf Körbe, er versorgt sie. Und was sahen die Jünger? Sie sahen die göttliche Macht, die Schöpfungskraft, Gottes Mitgefühl, das Bild eines Hirten. All die Wunder und Taten in dieser physischen Welt sind als Symbol für das, was Jesus in der geistlichen Welt tut. Sie sahen göttliche Kontrolle, keine Verschwendung, die Erfüllung aller Bedürfnisse. Und es ist kein Wunder, dass die Menschen in Johannes 6, Vers 14 sagten, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig, der Prophet, der in die Welt kommen soll. Er ist der Messias. Aber war das hier eine echte geistliche Erweckung? Leider nein. Denn nachdem sie gegessen hatten, gingen sie alle ihre Wege. Jesus und die Jünger stiegen wieder in ihr kleines Boot, fuhren hier rüber und Johannes erzählt uns das. Am nächsten Morgen kamen die Menschenwänge wieder zu ihm und sie suchten Jesus, sie suchten ihn. Was wollten sie wieder haben? Geistliche Nahrung? Nein. Sie wollten wieder essen. Sie wollten frühstücken. Und zwar denselben Fisch und dasselbe Brot und das wieder reichen. Aber Jesus sagte, nein, ihr müsst von mir essen und von mir trinken. Ich bin das Brot des Lebens. Es ist an der Zeit, über die körperlichen Bedürfnisse hinauszugeben und die geistliche Speise zu erreichen. Und das müssen wir auch. Nicht auf das Materielle hier fixiert zu sein. Dass es mir gut geht. Aber daran waren sie nicht interessiert. Also gingen sie. Und sogar einige seiner Jünger, so heißt es in Johannes 6,66 gingen nicht mehr mit ihm. Sie gingen weg. Sie waren auf die materiellen Dinge aus. Jesus sprach dann zu den anderen Jüngern, wollt ihr auch weg gehen? Wollt ihr auch gehen? Und wir erinnern uns an die große Antwort von Simon im Vers 68. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Er ist das Brot des Lebens, die geistliche Speise. Es gab keine große geistliche Erweckung in Galiläa. Und deshalb wird das Gericht über Bethsaida, das Gericht über Korassin, das ist ein Dorf in der Nähe, und das Gericht über Kapernaum am Tag des großen Gerichts größer sein als das Gericht über Tyros und Sidon sind heidnische Städte und sogar größer sein als über Sodom und Gomorra. So hat es Jesus gesagt. Dieses Land hat so viele Wunder gesehen, so viele Worte von Jesus gehört und glaubte nicht an ihm. Natürlich gab es einige Leute, die zum Glauben kamen, aber die meisten nicht. die meisten waren auf dem Wohlstand aus. Materiell, was habe ich davon? Das ist auch eine Warnung für jeden, für jeden, der diese Geschichte von Christus kennt und ihn ablehnt. Jesus ist unser Hirte. Das ist hier das Portrait unseres Hirten, der Versorger. Er gibt Ruhe, er gibt Heilung und er gibt Speise. Ihm gebührt der Dank. Amen. Lass uns aufstehen und wer beten mag, darf beten. Amen.